Hallo und herzlich willkommen aus dem Ibrox Stadium in Glasgow. Sagen wir direkt, wie es ist. Der BVB hat noch nie hier im Ibrox gewonnen und noch nie hat der BVB eine Hinspiel-Niederlage im Europapokal auswärts noch gedreht. Warum also heute? Weil wir vor allem müssen. Wir müssen hier gewinnen, um eine Runde weiterzukommen. Das wird an sich eine schwierige Sache, aber wir werden richtig gut vorbereitet sein, werden heiß sein und werden versuchen, den bestmöglichen Fight auf dem Platz zu bringen, den wir an dem Tag liefern können. Dementsprechend brauchst du natürlich auch ein bisschen Glück dabei in solchen K.o.-Spielen. Aber dem müssen wir uns einfach über das Spiel erarbeiten. Wir haben genug Qualität und Potenzial, das Spiel morgen zu drehen. Winston Churchill hat mal gesagt, der Pessimist sieht die Schwierigkeiten in jeder Möglichkeit. Der Optimist hingegen die Möglichkeiten in jeder Schwierigkeit. Was aber sagt Marco Rose zu Möglichkeit und Schwierigkeit noch ins Achtelfinale der UEFA Europa League einzuziehen? Ich glaube, dass ich schon auch Optimist bin und dann auf jeden Fall die Chance sehe hier morgen für uns in einem tollen Stadion. Es wird voll sein. Wir müssen natürlich die Atmosphäre annehmen, auch aufsaugen im Optimalfall, um dann einfach diesen Rucksack 0-2 aus dem Hinspiel hier für uns dann nochmal drehen zu können. Wir glauben dran. Wir haben uns gut vorbereitet. Wir werden jetzt gleich nochmal trainieren und morgen müssen wir dann natürlich ein besseres Spiel machen als daheim. Optimist Rose wird dafür sorgen, dass wer auch immer heute Abend hier auf diesem Rasen steht, die große Chance, die Möglichkeit sieht, Historisches für unseren Verein zu schaffen. Wir haben ein Bundesligaspiel zu Hause gewonnen und haben uns möglicherweise auch Selbstvertrauen geholt. Das sollten wir mitnehmen und die Aufgabe war, jeden Tag aufzuwachen und dran zu glauben, dass wir hier das Ding noch drehen können. Das Ibrox Stadium wird heute Abend auf jeden Fall voll besetzt sein. Für unsere Jungs das erste Mal vor ausverkaufter Bude seit fast auf den Tag genau zwei Jahren, als man am 29. Februar 2020 zu Hause mit 1 zu 0 gegen den Sportclub Freiburg gewann. Von daher wird das hier eine besondere Atmosphäre sein und sie wird motivierend sein einfach, weil es gibt da nichts Schöneres als auswärts dann zu gewinnen und eine weiterzukommen. Und ja, die Zuschauer versuchen, stumm zu schalten. Lasst uns heute nicht nur Geschichte schreiben, sondern auch ein Stück weit Geschichte wiederholen. Denn schon beim letzten Duell mit den Rangers 1999 haben wir einen Zwei-Tore-Rückstand aufgeholt. Damals in allerletzter Sekunde. So spannend müssen die Jungs es ja heute nicht machen. Und uns dann im Elfmeterschießen durchgesetzt. Okay, damals war das Rückspiel zu Hause vor heimischem Publikum. Es jetzt halt hier in Glasgow noch zu drehen, wäre was Neues. Hätte aber auch seinen Charme. Lehmann! Teufelskerl Jens Lehmann! Schauen Sie mal, wie cool der bleibt! 1966 haben wir hier in Glasgow zum ersten Mal einen internationalen Titel gewonnen. Lasst uns heute Abend ein paar weitere erste Male zur Vereinshistorie hinzufügen. Heia BVB. Hallo liebe BVB-Fans, drückt uns die Daumen. Wir hauen alles raus und hoffen auf das Weiterkommen.